Es ist Montag, 7 Uhr. Zeit für den Montagswitz. Zwei Blinde sitzen auf einer Parkbank. Plötzlich muss einer von beiden niesen. Daraufhin sagt der andere, oh gut, mach mir bitte auch ein Bier auf. Das war der Montagswitz für die Woche. Ich bedanke mich bei Michael J. Er hat mir in die Kommentare diesen Witz geschickt. Und wenn ihr auch einen habt, den ihr gerne mal als Montagswitz hören wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, was euch gefallen hat. Erzählt ihm euren Freunden, teilt ihn auf Facebook, und lasst mir ein Abo da, und seid ihr nächste Woche beim Montagswitz wieder mit dabei. Bis dahin, Baba!